So, wo war denn die Paper-Kiste? Ach ja, da war sie. Hey. Irgendwie habe ich immer so ein 63er-Stapel Papier. Und ein Forever Alone Zuckerrohr. Sorry. Monster-Items-Kiste. Ne, Pfeile sind ja keine Monster-Items. Wir haben auch schon so viele Knochen. Was machen wir damit denn? Bone-Meal. Oh, genau so viel Seide wie... Ja, Bone. Spinnenaugen haben wir auch mittlerweile wenig. Ich wollte gerade sagen viel, aber nee, das ist gerade gar nicht so viel. Pfeile kommen in die Waffenkiste. Wo kommen die scheiß Pilze hin? Ich weiß es nicht. Nether-Kiste ja wohl kaum, ne? Wäre auch irgendwie dumm gewesen, das da rein zu tun. Ganz ehrlich. Ne Endertruhe. Also irgendwie haben wir in der Aufnahme gerade nicht wirklich viel geschafft. Hab ich gemerkt. Ja, bis jetzt haben wir noch nicht so viel geschafft. Und, äh, naja. Kuh, äh, ne Kühe haben wir jetzt auch noch nicht. Ja. Ne Kühe wollte ich ja schon wieder sagen. Toll. Kühe haben wir jetzt auch noch nicht. Äh, hier. Genau. Ziemlich viele Pfeile und jetzt mittlerweile unseren... What the fuck? So viele Bögen. Ich glaub, ja, wir haben die ganzen drei Bögen haben wir alle durch Monster bekommen. Den haben wir uns selbst gemacht und die haben wir alle bekommen. Ich glaub, das war so. Nee. Wir haben uns doch noch nie selbst hier einen Bogen gemacht im ganzen Let's Play noch nicht, oder? Und der Höhlenzaun schon wieder. Hä, der hat sich jetzt ein bisschen leicht verändert, der Höhlenzaun. Der hört sich jetzt zwar ein bisschen anders an. Aber immer noch total gruselig und zum in die Hose scheißen. Weil der so gruselig ist. Clay. Ich glaub, wir hatten in der anderen Kiste ja auch noch irgendwo Clay drin, ne? Irgendwo war hier Lehm. Genau. Ja, perfekt. Denn den Lehm brauchen wir nicht. Der soll ja in die andere Kiste. Lehm. Da wusste ich doch, da war noch was. Was? So viel Holz haben wir übrig? Das hat sich ja gelohnt. Daraus könnten wir uns jetzt, ähm, ja, Holz machen. Aber ich glaub, die Theke machen wir aus Eichenholz oder... Nö, pass auf. Dann, weil wir das Eichenholz jetzt eigentlich gar nicht mehr brauchen im Moment. Sag ich ja immer. Dann haben wir am Ende kein Holz, dann werden wir es brauchen. Ist ja auch super. Ne, Eichenholz brauchen wir im Moment gerade nur für Zäune. Na, was heißt nur? Es ist schon genug. So, das nehm ich jetzt mit. Jetzt haben wir wieder fünf Stacks. Und einen hier. Das ist ja... So ein bisschen haben wir wieder hier. Das ist ja schon mal gut. Ich glaub, damit ich wenigstens ein bisschen produktiv werde, werde ich jetzt schon mal anfangen, das Gehege zu bauen mit den Zäunen. Das ziehe ich nämlich in Erwägung, damit wir überhaupt was gemacht haben. Die Birken haben wir immer noch nicht gefällt. Die Schafe haben wir nicht gefüttert, weil wir vergessen haben, Weizen zu holen. Ne, ne, das wollen wir natürlich nicht vergessen. Das Zeug holen wir uns mal kurz. Essenskiste, 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 Food. Nö. Nein, ich glaub, wir haben das ganze Zeug verloren. Wir haben jeden einzelnen Weizen verloren. Beim Tod. Klasse. Ach, nein. Nicht euer Ernst jetzt, oder? Wir haben alle... Super, wir haben alles verloren. Okay, wir können die Schafe also noch nicht nachzüchten. Ist ja ganz toll. Wir könnten schon, ja. Ich weiß, weil wir ne... Ja, aber wir haben ja... Wir könnten schon, wir haben noch ein bisschen Weizen da. Auf dem Feld. Aber ich ernte erst, wenn das ganze Feld wirklich reif ist. Von hier kann man das nicht sehen. Das ist doch gleich ein ganz anderer Eindruck. Und schon wieder jemand nachgewachsen. Super. Joa. Ich finde, das passt. Diese ganzen Materialien, die wir am Haus verwendet haben, passen überhaupt nicht zueinander. Aber... Who cares? Ich meine, really? Das interessiert eh keinen. Und das Zuckerrohr wächst auch schon wieder fleißig nach. Bin ich ja hoch erfreut. So muss das sein. Ja, Weizen ist aber schon fast reif. Also ich sehe jetzt noch nicht mehr so viele grüne Stellen. Wobei... Hey, das ist ja erheblich gewachsen. Als sie da eben gerade waren, war das ja fast alles noch... Fast alles noch hellgrün. Also es ist in Kürze fertig. Kartoffeln sind jetzt mal fertig. Ich habe Hoffnungen. Hoffnungen, dass es fertig ist. Nein, ich ehrlich, oder? Jeps. Jeps. Was ist das für ein Wort? Die Kartoffeln sind fertig. Oh yeah. Super. Na. Das ist ja ein Zufall. Dann werden wir jetzt das mal ernten. Kartoffel-Seption. Endlich wieder Kartoffeln. Und was bekommen wir als allererstes? Eine giftige Kartoffel. Alter, wie viele Kartoffeln wir auch haben. Wir haben genug zu essen und trotzdem ernten wir wie die Verrückten. Ich hätte ja gerne jemanden auf dem Server, mit dem ich das hier teilen könnte. Also ich würde dann durch den Server machen. Irgendwie über Bucket oder so würde ich dann einen Server machen, auf den man dann drauf joinen kann. Und dann, weil ganz ehrlich, so viel Essen braucht man nicht. Und wenn man so viel Essen hat, ist irgendwo die Herausforderung auch weg. Ganz ehrlich. So. Mehr Kartoffeln. Am Ende hatten wir noch irgendwas mit zwei Stacks übrig bei Kartoffeln. Das heißt, wir haben ja übelst viel. Das werden wir natürlich sofort alles in den Ofen tun, damit wir auch wieder ordentlich Potatoes mampfen können. Ist ja wohl klar. Und bevor die Aufnahme gleich zu Ende ist, heute nur eine kurze Aufnahme übrigens. Nur eine Stunde. Das heißt also, ich könnte ja nochmal kurze Worte über das Julien's Blog Battle verlieren, was ich ja schon angesprochen hatte. Und ich lag ja falsch, ne, mit meiner Analyse Green vs. Winnen, dass da Green total abgehen wird und alles zerbäschen wird. Nee, Winnen hat gewonnen. Weil er einfach ein besserer Battle-Rapper war. Es ist ganz klar, woran es lag. Und zwar hat Green einfach nur auf den Ohrwurm-Faktor geachtet. Und die Texte, also der Text, der war jetzt nicht so geil. What the f- So viele Kartoffeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stacks. Respekt. Äh, nee. Ich meine, der hat einfach nur auf den Ohrwurm-Faktor geachtet, der Green. Und nicht auf irgendwie Punchlines, denn Winnen hat echt viele Punchlines gebracht, die auch gut waren. Außer es im Refrain, also in der Hook, besser gesagt, mit den Komplementärfarben. Das fand ich jetzt nicht so geil. Weil ich finde, das hat jetzt nicht so reingehauen als Punchline. Ganz ehrlich. Das Wort ist nicht so der übelste Punch. Naja. Jedenfalls hat der Winnen gewonnen. Aber mit meiner Analyse von Spongeboss und, äh, äh, Achmed, da lag ich dann auch richtig. Der Spongeboss hat Achmed ziemlich, ziemlich zerfickt. Weil er einfach übelste Rap-Techniken drauf hat. Punchlines, total gut. Also Gegnerbezug ist auf jeden Fall da. Top-Video. Und ja, der Achmed ist einfach, der ist kein schlechter Rapper. Ich fand seine Runde eigentlich ganz gut, finde ich. Also, ich fand's nicht schlecht, aber der Spongeboss ist einfach zu übertrieben. Er hat fast 30 Punkte mehr gehabt. Obwohl er noch 7 Strafpunkte hatte, der Spongeboss. Denn erstens hat er sein Video zu, war das zu früh, ich glaube, er hat sein Video ein bisschen zu früh eingereicht. Und er hat den Song, den er als Track, also den Disc-Track, hat er schon auf iTunes veröffentlicht. Und zwar um 0 Uhr. Und das ist natürlich verboten, ne? Dafür hat er, glaube ich, 5 Strafpunkte bekommen. Und dann einfach nochmal für das Einreichen des Videos hat er nochmal 2 Strafpunkte bekommen. Ich weiß gar nicht, hat er zu spät eingereicht oder zu früh? Ja, wohl eher zu spät eigentlich, oder? Weil dann müsste er es eigentlich 2 Stunden zu spät eingereicht haben, weil er ja genau... Wir haben sogar 3 Stacks Kartoffeln übrig. Wow. Müsste eigentlich so gewesen sein, dass er das 2 Stunden zu spät eingereicht hat, weil er ja 2... Weil man ja für jede Stunde, die man das Video zu spät einreicht, bekommt man ja 1 Punkt Abzug in der Gesamtwertung. Das heißt, Spongeboss hat das wohl, glaube ich, 2 Stunden zu spät eingereicht. Aber das Geilste, das Allergeilste war ja immer noch Player Boy vs. Nightlife. Also Player Boy. Ich dachte, die Runde aus der Qualifikation fand ich ja schon echt geil. Ich dachte, das kann er nicht toppen. Was hat er gemacht? Er hat es getoppt. Das war die geilste Runde mit Abstand von, äh, ja, außer Gay Butters. Das war noch besser. Die ich in dem ganzen Battle bisher gesehen habe. Das ist doch nicht mehr Hall of Shame. Das war richtig geil. Denn er hat erstmal... Das Video war ultra professionell gedreht. Ich fand es ein bisschen eintönig beim Video. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe eigentlich. Dass das Video ein bisschen, ähm, einseitig war. Der nur eine Location. Und dafür fand ich es ein bisschen einseitig. Aber die Idee alleine von dem Song war richtig geil. Und das Video war halt sehr hochwertig produziert. Also Hollywood-mäßig schon fast. Also, naja, echt krass. Großes Lob an dich, Player Boy. Das war Wahnsinn. Was du da abgeliefert hast, war einfach fresh. Aber nicht nur das. Er hat nämlich nicht nur... Er hat ja die Runde gegen Nightlife gemacht. Er hat nicht nur Nightlife gedisst. Er hat auch noch ein, äh... Double-Time-Part gemacht auf 80 BPM. 80 Beats pro Minute, ja. Weil er hat damit irgendwie... Ich glaube, Cassius Clay hat er damit verarscht. Oder war es Spongeboss? Dann hat er gesagt, ach, der hat einen Beat auf 68 BPM gerappt. Tja, ich mach mal auf 80. Hat er Double-Time gemacht. Ich fand den Double-Time zwar gut, aber er war natürlich noch lange nicht so gut wie der von Spongeboss. Fand ich, weil Spongeboss einfach eine bessere Stimme dafür hat. So eine hohe Queeks... äh... Queeks-Stimme. So eine hohe Stimme halt, ne? Ich fand, das passt irgendwie besser zu dem Double-Time. Und das ist zwar echt... Ha, krass. Wahnsinn. Nun ja. Und er hat dann noch ein paar Parts gemacht. Nach dem ersten... nach der ersten Hook. Die Hook fand ich ganz in Ordnung. Hat ein bisschen Urwurmfaktor. Aber ich fand das... Ohne Spinne. Spinne. Aha. Spinne. Wo ist die? Hey. Ach so. Hallo. Na, wie geht's dir? Das ist die wirklich die Like-a-Boss-Spinne. Die kann ihre Beine durch das Glas hindurch, ähm, zu mir herausstrecken. Obwohl, ähm, ja. Eigentlich das ja nicht wirklich geht. Okay, Spinne bleibt draußen. Du hast ja nichts verloren hier. Denn er hat in dem anderen Part hat er nämlich noch Cassius Clay gedisst, Spongeboss gedisst, er hat Winnen gedisst und er hat Green gedisst. Sorry, wenn ich jetzt irgendeinen Rapper vergessen hatte, aber das war so geil. Er hat alle Rapper auf einmal gedisst, sie im ganzen Battle. Punch-Arogans hat er, glaube ich, auch noch gedisst, obwohl ich da vorsichtig sein würde. Player Boy, denn der kann's so rückschlagen. Der ist wortgewandt. Wie sonst was, der Punch. Aber Player Boy, er ist echt gut. Er hat alle so richtig schön verarscht. Geile Runde, wirklich. Und, äh, was, das Bittere war... Ach, hier ist noch Eisen drin, ne? What? Ha, vergessen. Das Beste war ja Nightlife, der ja ein total, äh, Crapper-Rapper ist. Der ist richtig schlecht. Ist ein kleines Kiddy, glaube ich. Hab man ja im Video gesehen. Der hat seine Runde gar nicht eingereicht. Jedenfalls hab ich die gar nicht gesehen. Kann ja sein, dass die jetzt gerade draußen ist, die Runde. Aber, der hat die Runde nicht eingereicht. Weißt du, das fände ich richtig assi. Richtig asozial, wenn, ähm, Nightlife einfach seine Runde nicht einreicht. Player Boy sich den Arsch aufreißt. Für, ne? Dafür, dass er so eine geile Runde abliefert. Und dann einfach nichts abzuliefern. Dann steckt nämlich der Diss von, ähm, Player Boy ins Leere. Und Nightlife wäre zwar disqualifiziert. Player Boy hätte damit wahrscheinlich sowieso gewonnen. Aber, ich finde, das muss einfach jetzt gewürdigt werden. Also, Nightlife muss sich mal ein bisschen zusammenreißen. Und mal eine Runde einreichen, die Pussy. Das geht doch gar nicht. Also, es kann sein, dass die Runde jetzt schon draußen ist. Ich weiß es nicht. Was gucke ich hier eigentlich immer? Weil die Aufnahme ist gleich vorbei. Und ich gucke hier, wie wild, dass da irgendwas gebraten wird. Ja. Stattdessen könnte ich mal in diese wertvolle, wertvolle Items-Kiste gehen und meinen Stack auffüllen. Ja, gut. Wir haben wieder zwei Stacks. Das Ei ist jetzt nicht so wertvoll. Dann, ja, das noch. Und, ja. Also, auf jeden Fall haben wir hier ziemlich viel wertvolles Zeug. Ich wollte ja die Slime Balls noch wegbringen, genau. Das war extrem krass. Also, wow. Und nochmal zu der Runde von Spongeboss. Er hat ja im Refrain, ich sag immer Refrain, die Hook meine ich natürlich. Da hat er noch den Asiaten dazu geholt, der die eine Hook gemacht hat. Habe ich krass gefeiert, weil der Asiat ja ein guter Rapper ist. Ich mag ihn total gerne. Finde ich total cool. Also, der war noch dabei. Und natürlich hat Ahmed sich auch ein Feature dazu geholt. Ein Featurecast. Ist ja selbstverständlich. Und zwar den Dirty Maulwurf vom VBT. Ich habe mir erst gedacht, WTF ist der schlecht. Also, ich fand ihn gar nicht so gut. Er wird ja krass gehypt, aber ich fand ihn gar nicht so geil. Also, es war jetzt nicht so overwhelming für mich. Ich fand das jetzt nicht so krass. Aber, okay. Jedem das seine. Jedenfalls hat der Asiate und Spongeboss hier da richtig, Ahmed, total gedisst. Das fand ich echt geil. Nun ja, die Aufnahme ist vorbei, würde ich sagen. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Dann, ja, dafür wäre ich euch sehr verbunden. Und jetzt wünschte ich mir, dass ihr den grünen Daumen, also den da unten, den ihr gerade seht, mit eurer linken Maustaste penetriert, bis ihr nicht mehr könnt. Nun ja, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Bleibt fresh.